Willkommen zu einer neuen Runde PV Pro Custom Matches Heute mal auf einer anderen Map, aber die gleiche Waffe Oh, und er fühlt sich anscheinend lustig Ich muss jetzt ein paar Videos machen, ich hoffe, dass meine Audio fit geht Ich bin kein bisschen eingespielt, das heißt, es könnte sein, dass ich den jetzt komplett zerlege Es könnte aber auch sein, dass ich komplett verkacke Mich blockiert die ganze Zeit die Halterung von meinem Mikrofonarm beim Kinn Und ich hoffe, dass diesmal keine Audio-Lags da drin sind Und ich hoffe, dass ich den Chippen jetzt direkt abfah- Keine Audio-Lags, sieht bisher sogar einigermaßen gut aus Ich muss erst mal gucken, dass ich ein paar Aufnahmen bekomme, weil ich bin die Tage nicht zu Hause Naja, wie gesagt, ich bin den nächsten Tag jetzt, oder beziehungsweise den nächsten Tag Oh mein Gott, und ich verkack's halt einfach Oh, danke Ich bin den nächsten Tag nicht zu Hause und da muss ich dann halt einfach mal gucken, dass ich ein paar Videos bekomme, die ich in der Zeit schneiden kann So Das hätten wir dann auch schon mal geklärt, ne? Oho Ja, wer kennt's nicht, ne? Und ich soll mit dem Campen aufhören Wer kennt's nicht? Also ich persönlich kenne's auf jeden Fall By the way, folgt mir mal super gerne auf Twitch und auf Instagram Und auf Twitter Aber vor allen Dingen auf Twitch Aber das ist immer so geil auf Twitch In-Game, 270 FPS mit Aufnahme In-Game mit Stream 30 FPS No joke, das ist der Grund, warum ich nicht Warum ich aufgehört habe zu streamen Weil ich FPS-technisch nicht, ähm, streamen kann Weil mein Prozessor einfach ein zu krasser Toaster ist Ohne Witz, ich stoß dir die ganze Zeit gegen diesen scheiß Mikrofonarm, das fuckt so ab Lol, deine Mutter ist schwul Ah ja Schade So, komm, ich will mit den kleinen Pitch jetzt Okay, darüber reden wir nochmal Ich meine, der Typ war jetzt nicht ganz scheiße Der Typ war jetzt nicht gut oder sowas, aber Junge, was spraye ich mir hier gerade zusammen? Woffe ein Sprayler im Magazin oder was? Was kannst du eigentlich? Ah ja Das ist der Typ nicht da mittel rechts, nid? Komm, die letzte Runde mache ich mit einer M41S Everybody with your hands in your hands Also gut, dann wäre das auch geklärt Ein kleines Ach, der ist doch gerade Ja, ich war gerade eben Wenn es euch gefallen hat, will es mich ultra über like, comment, abo, etc freuen Bis dahin Ciao